Shami! Zadass! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, Folge 8 von GTH Truckboards! Es geht gleich los Shami, bist du bereit? Ja! Oh super! Heute erledigen wir die letzte Dosis 3, FRIED MINDS! Let's go! So! Äh... Was ist denn unsere Mission? Fahrst du feuch? Äh... Du fährst... Unsere Mission? Das ist eine gute Frage, ich hab keine Ahnung, ich hab nicht aufgepasst. Ich begebe dich zum FRIED MINDS Hauptquartier. Also muss jetzt nicht so angehen, ne? Oh! Das ist einfach... Die Casino-Spielhalle-Mission, ey! Alter! Wir gehen bei uns in die Spielhalle. Ich wusste gar nicht, dass hinter meiner Spielhalle ein Drogenquartier ist. Yo! Alter, Drogenquartier und dann sind wir hier, Alter! Das sieht eher aus wie so ein Krankenhaus-Spital anstatt wie so ein Drogen-Baron-Sitz. Das ist so... So clean! Jetzt verrecken die alle, ey! Bro, ich muss gerade weg, ich muss gerade weg! Oh mein Gott, ich werde weg! Und du bist verreckt! Er ist aber gut aufgeräumt hier, muss man sagen. Hast aber auch ein Leben dafür gegeben. Ja, du! Ich habe mich eingesetzt, ne? Ah, ich hab's gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Dokumente! Suche nach dem Kellerschlüssel. Ah, hier ist! Abkürzung! Ah! Ah! Ah, nein, 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 nein! Ah, das ist die! Was macht die hier? Also, dann gehen wir mal in die Offizierer. Ah! Ah! Okay, ne! Labrad! Ah! 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 Ich habe gern Bock auf den Hundenwagen. Viel Spass! Ah, du musst bei mir nicht fahren sogar. Ja, ich kann bei ihm nicht einsteigen, deswegen. Äh, voll der Ego ist, der will alleine fahren. Und hier wird schon geschlossen. Ey, ich fahre noch rein und mache mir eine Blockade. Tschüss! Komm zusammen! Oh, 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 okay. Jürgen, was ist denn da drin? Oh, 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 oh! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Ich habe Pfeile! Ja, ich auch! Hier hin müssen wir! Äh, hier kommen wir aber nicht weiter. Ah! Weiter! Was ist denn hier los? Weg hier! Ah! Ah! Oh, das hat weh getan! Ah! Ja! Bist bei mir? Alles gut bei dir? Hast du eine Waffe? Was haben wir für Waffen, ey? Wir haben ja übelst wilde Waffen! Eine... Jo! Spiderman? Jo! Was ist... Was? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung! Ah! Die Affen! Ah! Ah! Deine Cousins! Ich begreife hier gar nichts mehr! Oh Gott! Was kommt jetzt? Aber die droppen Geld! Cool! Hä? Hier bin ich! Äh! Hier bin ich! Ich muss gegen dich kämpfen! Das bin ich wirklich! Aha! Oh, sorry! Das bin wirklich nicht! Ah! Du hast mich umgebracht, Jamie! Du Kleiner! Ich gehe zu... Ah! Ich wurde umgebracht von mir selber! Ey, aber ich bin anscheinend der bessere Klon! Also ich bringe anscheinend mehr Leute um, habe ich das Gefühl! Mache deinen Frieden mit dem Unvermeidlichen und der Tripper auf! Du hast ausserkörperliche Erfahrungen! Der Tripper auf! Überlebt! Du musstest dich einfach... Ja, wir haben den! Du musstest dich einfach umbringen! So einfach war's! Ja, das war sehr einfach! Hä? What the fuck is jetzt einfach... Ähm, wir mussten uns mit dem Unvermeidlichen zufrieden geben! Also mit dem Tod! Okay, und sind die jetzt fertig? Oder? Keine Ahnung, Bro! Keine Ahnung! Es hat gerade einen Abschluss gegeben! Hä? Wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nicht gesporen! Ich habe nochmal 100.000 bekommen! Digga, gönnt ihr! Holy shit! Letzte Dosis 5! BDKD! Hey! Es geht um Flugzeuge! 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 Das klingt schon so, als würde es länger gehen! Ey, dann sauge ich es einfach nochmal! Let's go! So, Sadik! Fährst du? Fährst du? Fährst du? Fährst du? Oh, jeez! Äh... Aua! Aua! Oh mein Auto! Oh mein Gott! Das ist ein Flugzeug! Hey, nein, nein! So! Jetzt nehmen wir nochmal! Bist auch so schlau jetzt! Ich klau dir das Scheisse jetzt! Hey, damn! Wir klauen ein Flugzeug in der Luft! So! Und jetzt unter der Brücke durch! Schau mal, wie crazy das ist, dass ich hier unter der Brücke durchfliege! Ist ja so knapp! Wow! Ahja! Das machst du halt schon bombastisch! Wow! Alter! Ist es dieses Flugzeug? See it? That's the plane taking off right now! No way! Wie sollen wir das schaffen mit diesem? Ja, aber dieses Flugzeug sieht man so selten in Instagram! Okay! Äh, du musst jetzt über das Handy! Öffne das Handy oder so und öffne die Markklub oder so! Mit welcher App? Äh... SuperServe! Ah, nein! Mit E! Ah, ich muss gar nicht machen! Äh, das sieht ein bisschen schneller aus wie hier, also... Ne, wir sind genau gleich schnell! Ah, ich muss nicht mal reinfliegen! Vielen Dank! Boah! Ist das jetzt! Alter, wie schau ich? Jau! Alter, das ist wieder eine Referenz zum Storymodus! Was zum? Geil! Alter, die haben so viel Referenzen jetzt drin! Ich liebe es! Alter, wirklich eine genaue Referenz! Geil! Einfach geil! Hä? Wie braucht denn? Du musst den Storymodus mal spielen! Es kann ja nicht sein, dass du so viel online spiest, aber den Storymodus nicht mal durchfassen! Ich spiele nicht viel online, bin ehrlich! Ja, also... Na gut, wir haben schon ein paar Let's Plays, das heisst ein bisschen online ist doch schon viel! Ja... Aber lässt es sein nicht mehr! Ich finde GTA nicht mehr cool! Ja, der muss eben das Storymodus spielen! Ach Scheisse! Also ich finde GTA nicht cool! Das ist der Entsatz, den habe ich sehr selten in meinem Leben gehört! Ja... Du wirst ihn auch... Seh... Hier hinten ist gerade alles die Spawn! Haha! Und hier oben bist du nicht! What the fuck? Äh... Er ist einfach ein Paket! Er ist eine Lieferung! Aber ich habe Angst, dass dein Zeitpunkt vorbei ist! Aber ich habe Angst, dass dein Zeitpunkt vorbei ist! Vergiss ihn! Es sind die Chemikalien, die wir hier für sind! Kannst du diese Sache landen oder nicht? Safe! Jetzt musst du es landen? Wieso ich nicht? Man nennt mich ja nicht umsonst... Ähm... Der landende... Sieger... Der landende Engländer... Ich bin das Teil noch nie geflogen! Doch im Story Mode... Du musst, glaube ich, ein bisschen fliegen! Nicht da! Wir müssen nicht da hin! Auf der Map! Hier ist links! Wir müssen in Sandy Shores landen! Auf dem kleinen Flugplatz da in der Wüste! Müssen wir wieder in Los Alamos abstürzen! Ja! Also du wirst das safe nicht schaffen! Auf diesem Mini Flughafen! Damit es ein bisschen spannender wirkt... Klassen wir jetzt hier schöne Fahrstuhlmusik drauf! Ein bisschen nach rechts... Okay, das... Das sieht nicht gut aus! Ey, ich kann das! Wie nennt man mich? Ey! Schau dir das! Das sieht gar nicht gut aus! Ja, komm mal! Ey, schau dir das an, wie gut ich gelandet bin! Der ist genau dann da, wenn wir auch da sind! Mhm! Und wo hat der jetzt diesen LKW wieder her? Das sind die Fragen aller Fragen... Das ist nebensächlich! Und jetzt wird er zerquetscht! Hm, was hast denn du da an? Oh oh! Ja logisch, ein riesiges Flugzeug gelandet da! Gut, ja, das ist... Ein ja! Das ist aber nicht die normale Sirene! Also ey, sie kommt da... Oh! Ey, wir regeln das einfach mit einer Rakete! Und dann... Railgun! Wie schall dich denn um auf Railgun? 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 Ich wollte Railgun! Wo bist du, Jamie? Ähm, mich hat so ein Bein gejuckt! Ach du Scheisse! Ich glaube, du bist fast tot, ne? Ich weiss, no shit, Sherlock! Ich bin gut im Tatsachen feststellen, weisst du? Erzähl mir keinen Scheiss! Was warten wir eigentlich noch? Ist doch alles schon voll, oder? Ich begreife es auch nicht ganz... Nein, nein, ich bin immer noch am Beladen, ey! Jetzt ist er fertig! Ja dann... Ja, du musst fahren, let's go! Wir haben keine Panzerung! Ey, ich bin auf dem LKW! Nein, unter! Ich bin unter dem LKW! Ich häng mich an die, äh... An die Antripswelle! Truck-Zustand! Junge, der ist ja so gut wie weg! Und du musst zum fucking Freak-Shop! Mann, Alter! Ey, Lester! Hat der, hat der grad Zeit? Glaub ich nicht, hä? Munke Munke! Also, das könnte jetzt ein bisschen gehen, hä? Ja, hat minimal das Gefühl, dass es nicht klappen wird! Ach, Sarek, weisst du noch vor fünf Folgen, was wir hier einfach gesagt haben? Ey, Sarek, können wir nicht einfach schnipsen und dann am Ziel sein? Und dann hast du gesagt, doch! Und dann haben wir geschnipst! Und jetzt... Expertiert! Was muss ich jetzt nehmen? Ja, jetzt sind sie plötzlich alle weg, oder was? Ja, was soll ich... Ich soll die... Warte, 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 warte! Stopp, 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 stopp! Ja, ich habe keinen Platz mehr hier drin! Doch! Jo! Wer soll das? Ja! Das ist frech! Das ist so problemlos! Ich muss versparsen und ich... Ey, wenn du mich jetzt verlierst! Was ist das jetzt? Nee, Liga! Super, danke! Ich krieg ja nicht mal etwas! Ich kann hauptsächlich... Ich kann vielleicht noch ein Haftranaten werfen! Blockier hier irgendein Auto! Und ich nehm dieses Auto dann! Wieso? Was hast du jetzt gegen das hier? Ja, da kann ich reden! Wie ist das Polizeibehaltung da vorne? Nein, 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 nein! Ah, Seda! Halt! Oh! Du bist als Titan, Junge! Aber da kann ich wesentlich auch noch mithelfen beim Abschiessen! Von hier treffe ich nicht! Es sind leider gerade keine Autos in der Nähe! Ey, ich habe mich festgeleimt! Ich habe Panzertag genommen! Uh, Sekundenklerer! Äh, ich... Ich nehme ein anderes Vorbewegungsmensch! Hehehe! Der nimmt den Hemel! Ja, ich habe immer noch Sterne, aber jetzt habe ich kein Auto mehr! Komm, bitte! Nein! Halt sie an! 2000 Jahre später! Komm, machen wir Trips 717! Fahr doch ein bisschen schneller, wir müssten schneller werden! Ah, warte! Ich schalte kurz in den zweiten Gang rein! Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder schneller hier! Ja, geil! Ich hätte ja auch außen warten können! Oh, das wird jetzt riskant! Ich muss mit genug Schwung da hoch! Aber nicht in den Explosionsteil rein duisen da! Oh, nee! Komm! Das ist jetzt nicht der Game-Over-Punkt! Alles gut! Dann geben wir das doch ab! Ja, mach das! Meinst du, wir sind dann fertig mit diesen Missionen? Nein! Warum gibt es etwa dieses Format nicht mehr? Gibt es dann ein neues Format? Irgendwo, ein neues Let's Play! Ich glaube, das beginnt mit R und hat mit Aft vielleicht auf, aber ich bin mir nicht sicher! Es könnte sein! Wo bin denn ich hier? Junge! Du warst zum! Interessant! Der Jamie ist auch nicht mehr hier! Der ist weg! War das alles nur Halluzination? Okay! Krass! Ich habe von Dax eine Nachricht bekommen! Letzte Nacht war wild! FF! Hast uns alle wie Anfänger aussehen lassen! Wo warst du überhaupt hin? In den nächsten Kaninchenbau nehme ich an! Ich melde mich, wenn wir mit Fried Fickers Zeug durch sind bis dann! Wer ruft dir an? Ja? Ey, Cedric! Alter, du glaubst nicht, was passiert ist! Was? Tschüss! UNTERTING! UNTERTIT руки WDR 2 Vielen Dank.